Hallo Leute, willkommen zu meinem kleinen Info-Special. Ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mal ein Info-Video zu machen, über das, was demnächst ansteht. Meine nächsten Projekte sind Minecraft, wollte ich let's playen, auch ein Multiplayer mit eTab 109. Das habe ich mir vorgenommen, muss ich mir noch fragen, ob er Zeit hat. Und dann mache ich noch einen neuen Channel auf, wo die ganzen Let's Plays drauf kommen und die Spezial-Filmchen und so. So, Name weiß ich noch nicht genau, den muss ich mir überlegen. Ich habe da aber schon so eine grobe Richtung, wo ich dann hingehen will. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin dann sage ich mal Ciao, bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.